Hallo ihr Lieben, liebe Grüße von Teneriffa. Das ist wieder ein Teaser. Video in ganzer Länge auf meinem Telegram Kanal. Link dazu hier unter. Es geht um das aktuelle Affentheater und schnarchende Roboter. Und ganz nebenbei, es ist definitiv jetzt mal wieder spannend, weil in Davos ist ja jetzt so ein Treffen. Wie auch immer und was auch immer das wird, spannend wird es auf alle und wir hoffen wie immer in die gute Richtung. Also viel Spaß beim ganzen langen Video und macht Party. Liebe Grüße von Teneriffa. Eure Kirsten.